ich habe mich nämlich gut daran erinnern ja also gefällt wird hier nett ihm ist wieder euer drachen lord gefällt wird heute abend nett er lügt smiley face noch einmal keiner wie geht es dir ja mir jetzt ganz gut ja also getrollt wird heute haben hier nett liebe zuschauer lieber jeder aber getrollt wird ja aber damit ned woher bekommt man ein Celebi? virtual console die beiden lügen, ich fassere JAWOL SHINY PARAGONE SHINY PARAGONE WITH THE BRAIN POWER WITH THE BRAIN POWER 720 ENCOUNTER hat es gebraucht und jetzt haben wir es SHINY PARAGONE weiblich aus unserer FUCKING SAFARI und wir gucken nochmal ob wir zeitgleich parallel dazu auch noch bei dem ENCOUNTER ein SHINY Celebi bekommen, ob wir es nicht dann wechseln wir jetzt das Layout gehen in das Layout über ich mache diese kack Musik aus und dann geht es in die Ingame Musik POCK CHAMP IN THE CHAT POCKERS IN THE CHAT MONKA S das war ein bisschen laut DEDEDEDEDe ô дол mein miiJES div final roter Bereich Licht, ja. Äh, Akku, nicht Licht. Hallo. Irgendwie aber gern geschehen. Danke dir, AK. Sehr lieb von dir. So. Dann wollen wir uns doch mal unser Shiny Paragoni angeln. Habe ich einen Finsterball? No, never Finsterball. Regi, drück mal LR und Start. Oh nein. Meisterball, please. Oh, das wär's. Ah. Auf geht's, Bey! Ich bauch ein Death Order. Auf geht's! Ah, Bey wurde bepflanzt. Perverses Paragoni. fucking Curve. Bepflanzt. Gachi Bass. Ich habe leider nicht mehr die guten Bälle danach Oh ja, du sagst es Was machst du mit Babe? Ich mache da gar nichts Das ist doch hier dieses komische Paragoni Es ist ein Kompetitive Paragoni, ungerade KP Ich habe es bepflanzt, Smiley Face Nein, hast du nicht Und wenn doch, Puff Und damit haben wir ein weiteres Pokémon Von unserer Shiny Living Decks Liste gestrichen Und zwar Shiny Paragoni Oh Gott I hate this Okay So, für Paragoni wird jetzt ein Decks Eintrag angelehnt, oder was? Ne, Paragoni wird wieder einen Spitznamen haben Extrombitanz, sagst du? Es ist aber weiblich Naja Dann machen wir ja trotzdem ein Extrombitanz draus Extrombitanz Das passt Und ich habe mein Shiny Paragoni, meine Damen und Herren Und jetzt checken wir nochmal Was dieses Extrombitanz Für ein Wesen hat Und was wir so schönes damit machen können Und dann schauen wir mal Dass wir vielleicht mit unserem Shiny Mit unserem kleinen Robberl Nochmal zum Rest des Streams weitermachen Aber heute haben wir auf jeden Fall Noch ein Shiny Paragoni bekommen Da ist er Mäßiges Wesen Pogjam Eigentlich total dumm Aber hey Ich wollte sowieso nur für den Living Decks haben Also warum nicht Und die Reaction ist jetzt auch da Shiny Paragoni, meine Damen und Herren Seems good Nice, ich freue mich Und an dieser Stelle kann jetzt das YouTube Video ganz nebenbei aufhören Also liebe Twitch Mods Wenn ihr jetzt hier ein Highlight zusammenschneidet Ihr dürft an dieser Stelle jetzt einen Cut setzen Danke So Dann würde ich sagen, wir sind erstmal fertig Mäßig, Regipi Naja So gut ist das jetzt nicht found Ar examination in die Come